Hallo der Planespectator vor euch am Mikrofon und wir spielen weiter Trine. Trine, Trine, Trine. So muss das sein. Vielen Dank. Gib das mal an. Aha, ich bin wohl hier abgehauen. Okay, wir haben einen Levelaufstieg. Was nehmen wir? Auf jeden Fall upgraden wir das Ding. Ich darf nicht vergessen, dass wir sowas überhaupt haben, weil ich vergesse ich gar nicht. Ah ja, was sollte ich noch gucken? Äh, Feuer ist nicht gewalt. Ach so, man kann die Plattformen dann zu explodieren. Jesus, meine Fresse, tut mir leid. Ah Gott, man kann die Plattformen dann zu explodieren bringen. Das ist natürlich, äh, nicht das, worauf ich gehofft habe. Ich hatte gehofft, dass die dann, äh, nicht mehr sinkt. Was ist da los? Das war's noch nicht, Leute. Da kommt noch mehr. Ja. Sorry, meine Güte. Manchmal habe ich's aber auch mit dem Miesen, sag ich euch. Ja, da fliegt mir was der Zit vom Kopf. Hey, 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 hey. Hallo? Ist da jemand? ja wenn wir auch treffen und wer bist du groß und sperrig ah gehit jetzt so schön Wenn jetzt wenigstens mal den Niesanfall aufhören könnte, ne? Oh. Dann gehört, dass die da ja unterwegs ist. Jetzt nochmal irgendwas. Autsch. Das war edel gedöst von mir oder nicht? Ja, das war jetzt uncool. Ich kann aber einfach pissen benutzen. Äh. Ja. Es geht an. Auch okay. Weg mit euch. Hör auf so lebend zu sein. Untod lebend meine ich damit. Das Ding ist da doch nicht zufällig, oder? Ich hätte jemanden übersehen können da oben, wenn man nicht so ein smaller aufmerksamer Boy wäre wie ich. Ja. Man muss ja fast so. recht dass er getroffen hat wenn er war meine eigene unfähigkeit aber das ist ja trotzdem frech auch da geht das ding jetzt ganz schön fahrt gekommen das war kommt kommt zum zinit zum zinit da was war dass ihr bogenschützen euch hintereinander aufstellt so funktioniert es effektiv alter gott das war knapp noch jemand darunter müssen wir spiders wie kann ich fast nicht gesehen und sparen die wiese des glücks er hat das ding an den kälte gekriegt komm du erstmal her wollen wir noch so einen mili dude oder sind es jetzt nur noch die progeschützten hier oben ist noch einer der hat entscheidungsschwierigkeit was er tun soll ok haben es jetzt alle alle ihre niederen bedürfnisse erfüllt ja darüber sehr gut mit jedem schritt immer wir müssen jetzt in der nähe des turms sein unsere helden brachen durch die tore zum turm des bösen und betraten die schmiede in der die untoten ihre waffen und rüstungen fertig auf sie herabschauend stand der turm des bösen hoch und bedrohlich dies war das herz des bösen dieser geruch erinnert mich an eine waffenschmiede ich habe die beste waffe von allen hier da oben ist so ein ding hier sieht es auch ne aber vielleicht kommen wir da eh noch hin da hinten geht es auch weiter es gibt hier zwei wege einmal oben nervt nicht Arschloch das ist ja Holz da kann man ja auch ein bisschen aber hier ist jetzt so zumindest Tor ich weiß was da ist kommen wir da halt auch nicht hoch und da scheint auch kein Schalter zu sein aber vielleicht geht es da rechts noch dass wir hier eine Plattform erstellen und da eine Plattform und dann ist da rechts vielleicht der Schalter das ist ja das ist ja ich kann es ja da bespauen hier den gut stich runter aber das scheint der normale weg zu sein weil hier werden wir ohnehin hingekommen und dort gibt es noch auch die dinger schmelzen ist ja faszinierend bräuchte man eine menge davon um dahin zu kommen kriegen wir die zusammen kommen das klingt doch spannend oder da ist das ding schwer oh fuck nein runter da so weit wie möglich schlankt an sich sogar schon dass wir da raus kommen müssen wir nur so machen und dadurch haben wir das da oben geöffnet aber vielleicht ist es auch alles einfach der normale weg den ich da gerade gehe das kann auch sein und man muss das machen und man muss das machen ja hier kommen wir hoch und dann unten ist noch ok nochmal so ein trank aha hier unten wurde die plattform aktiviert auf jeden fall dass man sich den rückweg versperrt hat wahrscheinlich auch da sehr gut durch da ja das wird der normale weg gewesen seit letzten endes wir haben ihn nur wir haben ihn nur potenziell auf leicht andere weise genommen als eigentlich gedacht war ihn herauszufinden oder so schade ich dachte hier wäre ein bisschen krasses das ist das ewig ja das gespielt hat keine ahnung was sache war aber ich würde sagen weiter damit beschäftigen wir uns doch einfach in der nächsten folge äh tryn bis dahin haut rein ich bin kawaii abonnieren video anschauen noch ein video anschauen alle videos anschauen du 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 Untertitelung des ZDF, 2020